Musik 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 Digga Ist gut? Gut? Schnappen? Ja Gut Nein, Redina Es geht Ich glaube es hat 6 Körbe gebaut Ich habe seit 6 Körbe gebaut Jetzt bist du alleine wachscht Ja weil die anderen sind voll hart Ich schwöre Er ist so ein verlorener Mensch Er rief beim Taxi Boah Guter Wurf Melina Das sind die ersten Würfe des Tages Nee Nur kurzer Komm wir machen viel Gewinn Und das hast du dein Leben lang gespielt? Nein, ich habe das immer gespielt Mit meinem Bruder Ja Aber ich habe gut gespielt Ja Du bereitest schon wieder irgendwas vor sonst würdest du nicht so ruhig sein Ja 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 Passiert Okay nochmal Zieh den Westen eben Nochmal Zwei würde auch da gehen Letztes Mal haben wir auch zwei gemacht, weißt du? Und wir haben halt Zeit Nein Ähm Wie ihr wollt Ich orientiere mich da an euch Immer relativ entspannt 1-1 Entscheidungsspiel muss ja Ich sag dir wenn man gut ist Ja ich weiß Wenn man gut ist in dem Spiel und anfängt hat man fast gewonnen Warum? Ich habe dieses Spiel in dem Kindergarten war ich E-Sportler in dem Game Grundschule, nicht Kindergarten Keiner wird von uns gewinnen Meinst du? Einer wird gewinnen, aber das ist Zufall Wo hast du Gehen gemacht? Zeig ich dir nicht Wie kann man so sein? Wie kann man denn so sein? Wenn man sich aufpasst, dass man selber schuld Du hast verloren Warum? Das mache ich hier Jetzt musst du dein Gelben dahin machen Und dann mache ich hier Hast mich aufgepasst Ja weil ich nicht wusste wo du es reingemacht hast Ja Gewonnen Viel Gewinn GG's in den Chat GG's in den Chat GG's in den Chat Respektlos Ja Ich habe mich die ganze Zeit orientiert Wenn ich hier reingemacht hätte, hättest du gewonnen Und wenn du hier reingemacht hättest, hätte ich gewonnen Das heißt das hier und das hier waren eigentlich Und der hier waren die Felder, die man bespielen muss Und dann immer alles andere zu machen muss Der, der anfängt Und wenn man gut ist und der, der anfängt Und der, der anfängt, ist das Ding oben Okay Melina Hol dir den Ball Zehn Schüsse Ein unten Dann kriegst du den Antrag dieses Jahr Nee Aber eins Zwei Ja Sie wird scharfen Scheiße Nee Aber das ist die richtige Richtung Drei Vier Der Papa Platte Anlauf Warum? Papa Platte schießt auch so wie du Echt? Ja Ist es jetzt gut für mich oder schlecht für ihn? Nee Zwei Vier Fünf Acht Ich helfe Wirklich voll gut Du hast ja einen Plan Die kamen alle Ehe die Wort halten Ja Leicht weit nach vorne gegangen Ja aber übertreten zählt nicht Wollen wir nicht? Spiel spielen? Das haben wir gestern gespielt Das ist voll geil Wir müssen es schaffen Sonst dürfen wir nicht frühstücken gehen Okay In fünf Versuchen Das gleiche Wort zu sagen Sag mal irgendein Wort Auf drei Eins Zwei Drei Wasser Halle und Wasser müssen wir irgendwie verbinden Aber es geht nicht Okay komm Eins Drei Liebe Liebe und Frühstück Okay Eins Zwei Drei Melina Du liebst Frühstück Was ist das Wort? Ich bin ein Zählerpoet Eins Zwei Drei Eierkopf 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 Wegen deinem Namen auch Ich dachte weil ich ja gerne frühstücke und ich jetzt so so Was hast du gesagt? Ich hab Schokolade gesagt Eierkopf Okay hab was Eierkopf und Schokolade Konzentrier dich Es ist so einfach Ja doch Melina Also ich hab was Sag auch was Okay ich hab's Eins Zwei Drei Schoko Ei Schoko Ei ist ja richtig oder? Zeilt ja Sollen mal Anna und ich versuchen? Ich glaub das wird eine Katastrophe werden Okay Probier jetzt mal Okay Die Teasys sind schon auf dem Weg Drei Obst Eins Zwei Drei Porridge Scheiße Eins Zwei Drei Magerquark Essen Essen und Magerquark Haferflocken Obst Jetzt musst du eigentlich Bären Proteinpulver 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 Ich hab Bären gesagt Einen letzten Ich glaub ich hab Okay jetzt 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 Okay Jetzt überleg Eins Zwei drei Flaventasty Wir müssen so Oberkategorien nennen Das ist glaub ich gut weil dann kann man die spezialisieren Ja 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 Geht bitte kurz jetzt Es gibt was Gutes Ja Überlegt Aber für mich ist das für mich ist das direkt so mein Kopf Eins Zwei Drei Nutella Haferflocken ESN Nutella Wegen damals Deutschland hat doch diese Nutella Werbung machen Ja Sport Früh Fußballer Ja Du hast super getan Nutella Haferflocken Was hast du Ich hab ESN gesagt Wegen Supplements und so Okay ich glaub wir haben was Ich hab was Drei Zwei Eins Shake Schokoladen Haferflockenkuchen Wir haben verkackt Wir müssen neu 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 Drei Zwei Eins Zimtschnecke Musik Zimtschnecke Musik geht sogar Aber du kommst mit Zimtschnecke Erklär's mir Zimtschnecke gesagt Zimtschnecke Wie soll das denn gehen Digga Musik Klamotten Und Zimtschnecke Das ist nicht möglich Machen nochmal neu Warte Eins Zwei Neu Eins Zwei Drei Auto Schuhe Zu dritt ist das geisteskrank Auto Schuhe Und Stream Hab was Ihr müsst scharf nachdenken Ist sehr einfach Ich schwör's dir Und ich guck jetzt im Chat Und ich seh ich guck mir die Nachrichten an Ja Ja der Chat checkt's auch Der Chat checkt es auch Auto Schuhe Stream Eins Zwei Schuhe Schuhe Ich hab ja Schlappen gesagt Das geht ja schon in die Richtung Boah doch Digga du hast recht Cars Schlappen Placement Hab was Ok auf drei Eins Zwei Werbung Oh ich wollte auch Crocs sagen aber ich dachte da kommt ihr nicht drauf Also Werbung Crocs Sydney Ja Jetzt können wir nicht mal Sydney sagen Hä doch jetzt müsst ihr eigentlich ohne Spaß Werbung Crocs Sydney Sag Eins Zwei Drei Placement Aber haben wir schon gesagt Darf man es doch nicht sagen Nein 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 Nochmal darf man es nicht sagen leider Ey wir sind Loser Eins Zwei Drei Füße Film Film Gemüse Trinken Film Ja doch super Ich weiß ich weiß was Ja Eins Zwei Drei Kino Moment wir haben Kino Essen und Lifestyle Kino Essen Lifestyle Na ja Denkt mal Kino Essen und jetzt auf drei Also ohne Lifestyle sagst du Und Lifestyle ja ok Eins Zwei Drei Popcorn Obwohl Lifestyle könnte auch sein Aber Moment wir haben noch eine Option Popcorn war es nicht also Ein Was hast du gesagt Wochenende Wir dürfen ja nicht Kino sagen Ja aber wir können jetzt auf drei Wenn es Popcorn Und Kino Wir haben Popcorn und Wochenende Was macht man am Wochenende mit Popcorn Ja Ich habe eine Idee Eins Zwei Drei Netflix Netflix Essen und Netflix Ok Eins Zwei Drei Pizza Warum Essen und Nachos Date habe ich gesagt Ich habe Pizza Du isst doch Essen und Netflix Date ist gut Warum gut Das hat gar nichts damit zu tun So wir gehen nicht mehr bevor wir das einmal geschafft haben Mann Edi wir haben es doch schon geschafft Nein wir sind der Wirt Also Eins Zwei Drei Sportart Auto Fast Food Sportart Fast Food Auto Sportart Ich habe nur die Wörter gesagt Ein Zwei Drei Formel Eins Formel Eins Aber warum Formel Eins Aber warum Formel Eins Fast Food wird schnell zubereitet Auto und Sportart Fast Food Achso Formel Eins weil Formel Eins so schnell ist Ja ist sehr gut Ok das ist schon Ja wir sind scheiße Also was haben wir jetzt Formel Eins Formel Eins Formel Eins Fahrrad Und McDrive Jetzt hätte ich sowas wie Motorroller gesagt Wow Zu dritt ist zu schwer ist zu krass Wir müssen es einfach schaffen aus Prinzip Eins Zwei Zwei Drei Nase Frau Nase Essen Drei Zwei Eins Klein Operation Was hast du gesagt Geruch Geruch Klein Operation Wie soll das gehen Aber wie kommst du auf Geruch 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 Klein Operation Ich habe was richtig Gutes Geruch Klein Operation Eins Zwei Nase 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 hatten wir schon Operationen hatten wir auch schon Das war einfach komplett dumm Eins Zwei Drei Tanzen Schön Schön Was hast du gesagt Welcher Streamer kann schön tanzen Ich habe was Ich habe auch was Aber er wird sich dann nicht so ausgeben Mal gucken Ich will das hier reinschreiben im Chat Ja Also wir sind uns alle einig 30.000 Menschen sind sich einig Eins Zwei Knossi Wegen Let's Dance Ja Sehr gut Okay Wir haben es sogar voll gut beim zweiten Ich habe es komplett mit einem Laalen Ja Ich werde sie Ja Wir haben Ich werde sie ich